Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist und Experte für leichtes und schnelles Lernen, habe diverse Lehr- und Lernkonzepte geschrieben für IHK-Abschlüsse, zum Beispiel den Betriebswert IHK in 26 Tagen. Alle diese Lernkonzepte sind schon viele Jahre bewährt, genauer gesagt seit 1995. Es gibt auch den Wirtschaftsfachwert, zum Beispiel IHK, in 22 Tagen und noch einige andere Personalfachkaufmann in 12 Tagen, technischer Betriebswert in 28 Tagen. Und das kann man alles bei mir machen nach meiner Lehr- und Lernmethode. Und heute möchte ich mal einen Begriff klären, der heißt Trend- und Freihandmethode. Trend- und Freihandmethode. Klären wir zunächst mal den Begriff Trend und dafür malen wir uns mal ein Koordinatenkreuz. Und hier tragen wir mal die Zeit ab. T wie Tempos ist also die Zeit. Man könnte vielleicht auch eine kleine Uhr malen hier. Also hier steht die Zeit. Und hier nehmen wir mal als Beispiel steht der Umsatz. Und jetzt tragen wir mal für, es können Jahre hier sein, zum Beispiel für verschiedene Jahre, tragen wir jetzt mal die Umsätze hier ab. Wir beobachten das also über mehrere Jahre und tragen das hier ab. Und jetzt möchte man nicht so sehr die Einzelpunkte, sondern möchte die generelle Entwicklung. Ein Trend ist also die generelle Entwicklungsrichtung. Wie macht man das? Man legt freihändig, das ist hier die einfachste Methode, hier eine Linie durch. Und die Linie sollte man so durch die Punkte legen, dass die Abstände der Punkte auf dieser Seite der Linie und die Abstände der Punkte auf dieser Seite der Linie zur Linie gleich sind. Sodass die Linie die Punkte relativ gut repräsentiert. Hier ist es recht einfach. Hier erkennt man sehr schnell einen linearen Trend. Eine Linie ist es also. Und zwar linear und steigend. Der Trend ist also linear steigend. Und jetzt versucht man, und das nennt man Trend-Extrapolation, diesen Trend vorzurechnen in die Zukunft. Das heißt, wenn es sich bis dahin so entwickelt hat, könnte es sein, dass es genauso weitergeht. Das heißt, irgendwann in der Zukunft, wenn man diese Linie jetzt fortschreibt, werden wir dann mit dem Umsatz hier liegen, wenn es so weitergeht, wenn der Trend sich so weiter fortsetzt. Ja, das ist der Trend. Das ist die Freiheitmethode. Wenn Sie meine Lehrmethode interessiert, schauen Sie mal unter spaßlerndenk.de und schauen Sie auch mal unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie diverse Hilfsmittel wie Lernkarten und MP3s als Lernhilfen. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert.